Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karriere Modus. Heute geht es unter anderem im A-Cup Halbfinale gegen den FC Swansea, das heißt eine richtig interessante Partie. Insgesamt haben wir davon heute drei dieser Episode. Wenn euch das gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich wiederum sehr drüber freuen. Ich denke mal darüber, dass diese Episode genauso wie übrigens auch die nächste ein bisschen länger wird und zwar mit drei Partien. Ich denke mal, das freut euch genauso wie mich und von daher ist dieser Daumen nach oben auf jeden Fall auch drin. So, weitere Unterstützung mögliche in der Videobeschreibung, Links zu Instagram. Wir können auf jeden Fall vorbeischauen. Randy, Randy, Twitter, Facebook. Könnt ihr auch was checken, würde mich auch drüber freuen. Wir gucken gerade mal wieder den Scout-Bericht an. Wie immer eigentlich, es ist nichts sonderlich Interessantes dabei. Danza wurde mir gesagt, heute hole ich ihn, hole ich aber nicht, weil es mir, naja, kenne ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht, bla bla. So, wir sondieren hier nochmal so ein bisschen unsere Jugendmannschaft, beziehungsweise den Scout-Bericht, der alles andere als gut aussieht. Und springen dann auch schon in Richtung des Spiels gegen Swansea Batshuayi, unser Top-Tor-Schütze. Der möchte ganz gerne spielen, was natürlich auch komplett nachvollziehbar ist, weil bisher hat er richtig geniale Leistungen erbracht. Und das soll natürlich heute im Idealfall so weitergehen. Ich bin nur gespannt, ob er das schafft. Aber wenn er es schafft, dann umso besser. So, wir warten nochmal so ein bisschen ab, gucken mal im Büro, vielleicht flattert noch was rein. Anscheinend ist das nicht der Fall. Aber wir wollen uns ja auch nicht stressen, sondern, ich erwähne es nochmal hier ganz kurz, habe ich kurz die Zeit. Ja, warum kommen momentan keine Vlogs? Ganz einfach, ich finde meine SD-Karte nicht. Und dementsprechend kann ich momentan keine Vlogs aufnehmen, weil die SD-Karte ja quasi elementar dafür ist, Vlogs aufzunehmen. Wenn irgendwer von euch sie bei mir gesehen hat, dann lasst es mich wissen, aber ich glaube eher nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo sie ist, von daher, naja, was willst du machen? So, also, wir haben gerade eben mal wieder mit Tobi Resenen ein neues Scouting-Netzwerk eingerichtet für drei Monate, denn wir sind ja schon quasi am Ende der Saison. Und dementsprechend haben wir nicht mehr so viel Zeit. Und nach drei Monaten haben wir dann Sommer und dann können wir ein Neues machen. So sind sechs Monate Schritten, ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Ja, wir simulieren dann langsam mal weiter zum Spiel gegen Swansea, haben wir sogar schon. Müssen wir noch die Ausstellung machen. Und die ist, ja, ich sage mal, es ginge besser, weil nicht alles zur Verfügung stimmt. Die Soko beispielsweise nicht, aber an sich ist die in Ordnung. Wenn du da auf der Stürmerposition schon mal Bacuayi hast, wenn du da einen belgischen Nationalstürmer hast, der so gut für dich spielt, ist das ein Anfang. Und wenn da Jose Perez, der ja momentan sehr, sehr gut drauf ist, auf A10 spielen hast und hat sich relativ viel Auswechslipotenzial, weil halt alle fit sind und keiner so wirklich Fitnessprobleme hat, dann ist das natürlich quasi umso besser und wir müssen uns gar keine Gedanken machen. Dix kommt rein übrigens für Daryl Jammert, mit dem er momentan so ein persönliches Problem. Warum, werdet ihr auch die nächsten Episoden mal wieder sehen? Der hat ja schon zuletzt richtig scheiße gespielt. Ich mag den ja persönlich ehrlich gesagt im Karrieremodus nie. Mal sehen, wie er sich jetzt so verkaufen wird in diesen paar Spielen, aber momentan steht er bei mir auf absteigenden Ast. Muss ich jetzt beweisen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder hoffentlich im Finale. Newcastle United traf im Wembley Stadium auf Swansea City. Die Swans also gegen die Magpies, die Schwäne gegen die Eltern, die Waliser gegen die Männer aus dem Nordosten, das heißt der Südwesten gegen den Nordosten. Komplette Gegensätze heute und genauso war die Ausgangssituation. Swansea als klare Außenseiter hier im Wembley am Start. Obwohl die Zuschauer 50-50 war, war das alles andere als souverän, wie sie sich bisher ermogelt hatten. Und zwar mit einem 1-0 gegen Sheffield Wednesday. Auf der anderen Seite sehen wir bereits den ersten Finalisten. Der FC Liverpool beschloss das frühere Spiel an diesem Abend mit 2-1 gegen Leeds United. Steht dementsprechend im FA Cup-Finale. Und genau da will Newcastle natürlich auch ein Spieler im Fokus. Paul Georgen Tepp, der nach seinem Wechsel von Stadtrennen, der linke Flügelspieler, der Franzose, gute Leistung gezeigt hat. Er ab und zu ein bisschen unauffällig war und heute genau das nicht erbringen wollte. Der wollte heute auffällig sein. Der wollte heute zeigen, was er drauf hat und seiner Mannschaft helfen, ins Finale einzuziehen. Natürlich wollten das noch andere machen. Michi Bacuayi hat er ausdrücklich darum gebeten, in der Startelf zu stehen. Und natürlich wurde das erfüllt. Rob Elliott im Kasten davor. Natürlich der Kollege Dix zusammen mit dem Bemba, Zuma und Haidara Dix im Poker Elmer aktiv. Giorgino Verneidung zusammen mit Emre Cane im Mittelfeld davor. Er ist der Peres. Und in der Sturmspitze dann Michi Bacuayi, umgeben von seinen ehemaligen Liga-Kollegen Florian Favreau und eben Paul George Tepp. Auf der anderen Seite die Männer vom FC Swansea aufgestellt. Und Muslera im Tor davor. Norton Bartley, Fernandes und Taylor Hofer. Sechs, Kiesung, Jung und Liam Britton. Der Routine, jeder englische Sechser davor. Barrow Sigurdsson zusammen noch mit Andrew Ayou. Und natürlich dem spanischen ehemaligen Nationalstürmer Michu, der mittlerweile so ein bisschen an seiner Torgefährlichkeit vermissen lässt. Allerdings, naja, heute könnte es ja reichen, wenn er gegen Rob Elliott ein Tor erzielt. Wenn denn Muslera einen guten Tag hat. Mike Dean, der Schiedsrichter der Partie, pfifft dann an. Das ging richtig gut los für die Swans. Die hatten die erste Aktion der Partie. Und das sah gar nicht mal so ungefährlich aus. Obwohl sie in der Offensive definitiv nicht in Bestbesetzung momentan sind. Bafetimbi Gummis beispielsweise nur auf der Bank leicht angeschlagen. Das ist aber Andrew Ayou. Und das ist der Stärkste in der Offensive momentan. Bei den Swans der Versuch auf Britton. Aber der schießt dann nur Rob Elliott an. Und dementsprechend ist es bei 0 zu 0. Andere Seite die erste Chance nach 18 Minuten. Kopfball von der Josep Perez nach Ecke von Emre Can. Aber Muslera ist da und hält diesen Ball locker fest. Es spielt beim 0 zu 0. Aber Muslera stand dann im Mittelpunkt. Das ist ein Tap. Wie gesagt, wollte er auffällig sein. Auf Haidara, sein Landsmann. Und der Flank mit dem schwachen rechten Fuß auf den 5-Meter-Raum. Da steht Bacuayi 1 zu 0. Und die Frage ist, wo ist Fernando Muslera? Wo ist der uruguayische Nationaltorhüter? Und wir können diese Frage beantworten. Er befand sich zur Zeit dieser Flank auf einem Ausflug. Und zwar auf einem, der ein bisschen zu kurz kam. Für Michi Bacuayi, der Belgier, steigt da am höchsten in der Defensive. War gar kein Problem, Ball aufs Tor zu bringen. Normalerweise total ungefährlich. Aber wenn Muslera rauskommt, steht 1 zu 0. Muslera hatte gleich das nächste Fettnirbchen. In das Ertreten kommt der Florian Savant. Klasse Dribbling. Und dann steht Bacuayi im Abseits. Es ist aber egal, wenn er gefoult wird. Es gibt den Elfmeter. Nach 45 Minuten Muslera von hinten in die Beine des Belgiers. Und das war eine ganz dumme Aktion. Und dann zuerst mal stand Bacuayi im Abseits. Und zum zweiten Mal, er kann den Ball theoretisch einfacher aufnehmen, als zuerst den Belgier von den Beinen zu reißen. Aber er macht es. Und dementsprechend gibt es den Penalty. Und die Chance für Jorginho, bei einer langen Leidenszeit, seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße zu befördern. Niederländer bleibt eisekalt vom Punkt. 2 zu 0 für Newcastle. Und das war quasi die Voreinscheidung. Denn somit, da steht Newcastle, zwei Tore vor den so offensiv schwachen Männern aus Swansea. Und das nur, dank für ein Anonymous-Lehrer. Zwei Torwartfehler bis zu diesem Zeitpunkt brachten den Magpies die 2-0-Pausenführung. Und das natürlich mehr als will die Fans. Dem war es vollkommen egal. Denn momentan sieht es so aus, als ob man ins Wembley fahren würde. Und als ob man tatsächlich ins Finale gehen in der FC Liverpool antreten dürfte. Die sind übrigens in der Liga der nächste Gegner. Warum ich das sage? Ganz einfach. Newcastle schien sich schon darauf zu konzentrieren. In der zweiten Halbzeit kam nicht mehr viel von den Magpies. Allerdings mussten sie auch nicht viel tun. Das ist die beste Chance durch Mitsu, den Spanier. Auf der anderen Seite Spielkultur. Die wurde geboten. Schöner Doppelpass von Perez. Und im Endeffekt dann, ja, Jorginho Bernal. Aber der Spanier kommt nicht mehr an den Ball ran. Wir gehen in die 90. Minute nochmal einen Eckball. Ausgeführt auf Jorginho Shelby, der nicht rankommt. Dann rausgespielt von Emre Can. Aber ein bisschen schwach von Baccio Ayi. Und es kommt nochmal jemand zum Abschluss. Und zwar Fernando Mouris Lera. Mit aufgerückt. Aber das so ein bisschen sinnbildlich. Denn er stolpert. Trifft den Ball überhaupt nicht. Und dementsprechend geht der weite Baston. Das war die letzte Aktion. Der Partie Newcastle gewinnt gegen eine Offensiv. Wie gesagt, viel zu schwache Swansea mit 2 zu 0. Und steht im FLK-Finale MGT. Steht vor seinem ersten richtig großen Kuh. Er kann noch in die Euroleague einziehen, wenn er in der Liga solide Leistungen abruft. Aber im Pokal, da kann er vor allem jetzt gegen den FC Liverpool, gegen den nächsten Gegner in der Liga beweisen, warum er der richtige Mann für Newcastle ist. Ja, die McPies stehen im Finale. Die Swans scheiden relativ sang- und klanglos aus. Natürlich bitter für die mitgereisten Fans. Bitterer Tag, vor allem für Fernando Mouris Lera. Er ermöglicht Newcastle den 2 zu 0 Sieg. Damit stehen die im Finale. Und Swansea ist raus. Ja, das war einfacher als gedacht. Also es hätte definitiv schwerer laufen können. Aber ich will mich da nicht beschweren. Weil im Endeffekt freue ich mich darüber, dass wir im FLK-Finale stehen. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie das laufen wird gegen Liverpool. Und wir werden jetzt gleich schon mal quasi eine Probe haben, wie das Ganze aussehen könnte. Denn wir spielen in der Liga gegen die Reds, gegen die Männer von Jürgen Klopp. Ich werde das auch gleich so kommentieren, dass die beiden deutschen Trainerkollegen sich da auch einen Weg laufen in der Premier League. Bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Zunächst einmal machen wir noch Training. Ist ja ganz klar. Unter anderem haben wir da Paul Sam mit dabei. Weil er endlich mal sein nächstes Rating erreichen könnte mit 72. Schafft er es dieses Mal? Das ist die große Frage. 3, 2, 1 und go. Nein, denn es wird alles C. Abgesehen von Perez. Der will nochmal in D raushauen. Und dementsprechend haben wir hier solide Trainingsleistung. Aber nichts zu Großes. So, wie gesagt, wir spielen gegen die FC Liverpool. Wir haben ein bisschen Regenerationszeit. Zum Glück haben wir nicht unter der Woche gespielt. Und an einem Wochenende. Was ja in England so üblich ist, dass der Pokal ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch am Wochenende stattfindet. Und konnten dementsprechend ein bisschen regenerieren. Hatten die Möglichkeit, wieder mit Batshuayi zu spielen. Und ich bin gespannt, wie das gleich funktionieren wird. Wieder in der Sturmspitze. Zusammen mit seinen beiden Kompanions. Das ist die große Frage, die ich mir jetzt stelle. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall wieder Scout-Berichte. Gucken uns die an. Unter anderem Wendell. Aber da war nichts Interessantes großartig dabei. Wir gehen auf die Pressekonferenz. Loben unsere Mannschaft. Und motivieren die so ein bisschen für den nächsten Krarer. Aber wie gesagt, es ist der FC Liverpool. Es ist kein einfacher Gegner. Es ist unser Pokalfinal-Gegner. Aber momentan in der Realität läuft es bei denen nicht so gut. Denn Jürgen Knopp hat zwar die ersten Spiele gut beschritten mittlerweile. Aber naja, ich meine gut. Ben Tegg hat ein paar Mal getroffen. Aber beispielsweise gegen West Ham. Das war eigentlich schon ganz schön alt. Ausdank Andy Carroll. Und wer war denn der andere Torschütze? Ich komme gerade gar nicht drauf. Was ist Antonio? Es war, glaube ich, Antonio. Und wir haben ja theoretisch auch so einen kopfballstarken Spieler davon. Mit Mitrovic. Oder beziehungsweise, ja, Batshuayi ist auch kopfballstark. Und wir haben auch einen schnellen, bulligen Flügelstürmer mit dem Kollegen Tep. Der ist nicht so bullig wie Antonio. Das geht, glaube ich, auch gar nicht. Weil da ist er echt ein richtiges Monster. Aber er ist ähnlich bullig. Und dementsprechend mal schauen, was da so geht. Wir scouten auch ein paar Spieler unter anderem. Moussa Dembele, den Stürmer von Arsenal. Den Nachwuchsstürmer Franzosen. Elvis Manu lassen wir mal weg. Genauso wie Mohamed Besic. Jeffrey Schlup an sich nicht uninteressant. Lassen wir aber auch weg. Westwood und Lanzini. Der ist richtig interessant. Den beobachten wir dann. Eden Hazard genauso wie andere Spieler unter anderem. Auch Shane Long kommen alle von unserer Liste runter. Boas Mayhel auch. Und damit sind wir schon quasi beim nächsten Spiel. Es war schon wieder quasi. Merkt er, ne? Kurz nochmal geschaut auf den italienischen Scout-Bericht. Da gab es noch nichts Neues. Und jetzt haben wir viel Interesse an Goufran. Das ist gut für uns. Denn somit heißt das im Endeffekt, das sage ich auch oft, ne? Im Endeffekt und quasi. Damit habe ich es gerade irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist. Egal. Damit haben wir die Möglichkeit. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Weil ich so sehr auf quasi und im Endeffekt geachtet habe. Naja. Schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das auch so aufgefallen, dass ich es so oft sage. Ich glaube, das hat sich gerade diese Episode sehr eingestellt. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht erklären. Naja. Was soll. So. Wir stellen unsere Mannschaft auf. Ihr habt es gerade gesehen. Wir spielen mit Sumo auf der Rechtsverteidiger-Position, weil Dix mir gerade nicht so gefallen hat. Und Jan Mart, wie gesagt, mit dem stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja. Ich weiß auch nicht so wirklich, was ich da machen soll. Soll ich den im Sommer verkaufen? Schreibt es mir in den Kommentaren. Soll ich mir einen neuen Rechtsverteidiger holen? Weil Jan Mart ist halt, er ist halt nicht schlecht. Aber er ist auch noch nicht alt. Aber ich mag ihn irgendwie nicht. Irgendwie komme ich mit dem nicht klar. Und ja, was ich da machen soll. Ob ich den verkaufen soll, ob ich mir einen neuen holen soll, ob ich den behalten soll, ob ich den ausleihen soll, ob ich den vielleicht einfach auflösen soll, den Vertrag. Ich bin gespannt, was ihr da so schreibt. So. Wir gehen jetzt in die Anfield, beziehungsweise an die Anfield Road oder so. Ist ja auch egal. Nach Liverpool versuchen drei Punkte mitzunehmen. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und wir sehen uns gleich wieder. Newcastle zu Gast an der Anfield Road beim FC Liverpool. Das vorgezogene Pokalfinale in der Premier League ausgetragen. Und Newcastle braucht da einen Sieg. Wenn sie die Euroleague-Chancen direkt über die Liga wahren wollten. Denn momentan stehen sie noch vor den Spurs. Aber die Männer aus Tottenham, die Männer aus Nordlondon, die versuchen verzweifelt ranzukommen. Beziehungsweise, naja, sind schon auf einem richtig guten Weg. Liverpool hingegen, naja, im Pokal läuft es richtig gut. In der Liga richtig schlecht. Momentan Tabellenplatz 16 für den Reds. Trainiert von Jürgen Klopp. Es war also auch ein deutsches Trainer. Der hat zwischen MGT und dem ehemaligen Dortmunder, dem Pöhler, dem Mann vom Borsigplatz, der seine Mannschaft hier heute mit der absoluten HLF aufstellte. Ob das reicht für die momentane AfD, der McPice, das müssen wir noch abwarten. Wir haben auf jeden Fall drei sehr bullige Spieler, die wir hier schon sehen. Zusammen noch mit Haidara. Das ist die Defensivreihe. Und die stellen wir Ihnen gleich vor. Zunächst einmal Liverpool im Tor mit Bogdan. Davor John Flanagan, Martin Skripel, Dejan Lovren und Alberto Moreno. Doppel-6. Ja, beziehungsweise Triple-6. Haben wir heute Lukas Leyva am weitesten zurückgezogen. Dann James Milner und Jordan Henderson. Und vorne Adam Lallana auf rechts. Links die Vogue Origi. Und in der Sturmspitze Daniel Sturridge. Auf der anderen Seite sehen wir einen dieser defensiven Vier. Hier schon mit Kurt Zouma. Der stand heute auf der Rechtsverteideposition für Dix. Und ja, mal die beiden überzeugen konnten. Im Training-Roller geweiht dann im Tor für Tim Krüll. Wer im Wechselkandal verwickelt ist. Mbemba, Pogba, Haidara. Dann die Komplettierung der Defensive. Werner Domchan, Armstrong. Und in der Sturmspitze Dovan Mitrovic. Und Paul George und Tepp. Die kompletierten den Kader. Das ist an sich gerade in der Defensive. Alles sehr, sehr dunkel aufgestellt. Allerdings auch sehr, sehr bullig und sehr, sehr körperstark. Aber gerade Kurt Zouma, Mbemba und natürlich auch Florentin Pogba sind da absolute Monster. Haidara hat auch einen guten Körper, aber nicht ganz so bullig. Aber auch der ist nicht zu unterschätzen für einen Außenverteidiger. Das heißt, es würde schwer werden für die doch etwas schnellere und nicht so körperlich starke Offensive der Männer aus Liverpool. Die Fans, you never walk alone, unterstützen ihre Mannschaft natürlich trotzdem. Wir springen rein in die Partie. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ging relativ stürmisch los hier. Allerdings nur von den Windgeschwindigkeiten. Denn es war ein richtig stürmischer Frühlingstag. Ja, die beiden Mannschaften hier erwartete. Wir springen in die erste Szene der Partie. Und die gab es auf Seiten von Newcastle. Das ist ein Einwurf von Paul-Georgen-Tapp auf Massio Haidara, der mit der Flanke in die Mitte hat. Adam Armstrong kommt nicht an den Ball, weil er ihm weggeluchst wird von Florian Thauvin, der da aufs Tor köpft. Fast die Riesenchance für Newcastle. So blieb es da 0 zu 0. Dann kam wieder Thauvin nach vorne mit der Flanke. Erster Forst Mitrovic. Klasse Barat von Bogdan. Und der rechte Ball nochmal raus. Es war ohnehin abseits. Und dementsprechend wäre das 0 zu 1 sowieso wohl nicht gefallen. Trotzdem war Newcastle das bessere Team von Liverpool, da war gar nichts zu sehen. Das ist der Ball von Mitrovic auf Paul-Georgen-Tapp. Und der hat freie Bahn, kann schießen. Aber direkt in die Arme von Bogdan, der Ungar, ohne große Probleme. Dann kam Liverpool selber mal nach vorne mit einem Kopfball von Lukas Leyva, der nicht zustande kommt. Allerdings eine Nachschusschance von Divock Origi. Aber der Belgier haut den Ball über den Kasten. Das war die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Danach kam anderer Belgier rein. Und zwar Michi Batshuayi für Alexander Mitrovic. Und der hatte auch gleich seinen ersten Auftritt. Und das ist Florian Thawon in der Mitte. Da hielt der Batshuayi einfach mal den Skrittel weg. Und dementsprechend kam Tom Wauwabziehen allerdings wieder genau auf Bogdan. Der hatte viel zu tun, aber wurde meistens angeschossen. Von Wijnaldum sollte das nicht passieren. Der Niederländer versucht es und der Pfosten rettet. Aber dann der Ball in die Mitte nochmal gespielt. Da von Adam Armstrong allerdings wieder nicht drin. Dann kam Emre Can und dann war es endlich soweit. Adam Armstrong 1 zu 0. 66. Minute. Die längst überfällige und hochverdiente Führung für die McPies. Das war klasse gemacht von Emre Can. Der deutsche ehemalige Schützling von Jürgen Klopp. Der nach seiner Abendsantritt direkt den deutschen Nationalspieler verkauft hatte an Newcastle United. Der macht das hier wunderbar im Zweikampf gegen Henderson. Dann spielt er souverän in den Lauf von Armstrong. Der von Lovra nicht genug bebracht wird. Und diesmal wird Bogdan nicht angeschossen. Sondern er steht plötzlich 0 zu 1. Ging direkt weiter. Batshuayi auf Adam Armstrong. Und der versucht gleich nochmal. Aber diesmal ist Bogdan wieder auf der Stelle. Wird mehr angeschossen, als dass er da irgendwie in die Hecke springen muss. Aber trotzdem natürlich eine gute Parade kann man nicht verkennen. Trotzdem klappt Liverpool jetzt Newcastle. Ja, Raum zum Kontern. Wijnaldum mit der Balleroberung. Der schickt Batshuayi. Was für eine Frage der Belgier vor dem Tor. Und ist alles kalt. Und macht das 2 zu 0. 76. Minute. Die Vorentscheidung an der Anfield Road. Wenn das im Pokalfinale so läuft, haben wir eine sehr langweilige Partie. Momentan sieht das richtig gut aus für Newcastle. Denn das war stark gespielt von Wijnaldum. Der wunderbar in den Lauf des Belgiers spielt. Und der ist halt momentan alles kalt vor dem Tor. Und hat einen richtig guten Lauf. Und es ging sogar noch weiter. Wir springen in die 90. Minute. Da ist Batshuayi noch mal aus der Distanz. Allerdings scheiterte da Bogdan, der den Ball noch zur Ecke abwärts. Das war wieder eine Riesenchance für die McPais. Es blieb aber somit beim 0 zu 2. Ecke von Can. Kopfball von Perez. 3 zu 0. So schnell kann es gehen. Die Ecke ist dann doch drin. 85. Minute. Nicht 90. Sondern 85. Und der Spahn ja mit dem Kopfball. Normalerweise nicht seine beste Disziplin. Aber hier locker eingeköpft. Bogdan macht wieder einen Ausflug. Keiner weiß wirklich, wohin. Moreno kommt nicht mehr dran. Versucht er mit einer spektakulären Flughanlage noch das Schlimmste zu verhindern. Dann war der Schlimmste Tritt ein und dementsprechend steht es 0 zu 3. Und das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt an der Anfield Road mit 0 zu 3. Das vorgezogene Pokalfinale also klar entschieden. Wernaldum und Co. machten einen richtig guten Eindruck. Die mitgereisten Fans waren zufrieden. Und Jürgen Klopp sagte nach der Partie, wenn sie so spielen würden im Pokalfinale, bräuchten sie auch gar nicht antreten. Denn das war heute absolut gar nichts. Vorm FC Liverpool. Jose Perez erfolgreich. Genauso wie Michi, Batshuayi. Die beiden sind momentan ein absolutes Traum-Duo da vorne drin. Newcastle gewinnt mit 3 zu 0 gegen Liverpool. und hat beste Chancen auf die Euroleague. Ja, beste Chancen auf die Euroleague. Ich hoffe, das haben wir wirklich. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, ja, guckt mal die Spurs an. Die stehen, glaube ich, einen Punkt hinter uns oder so. Und das ist alles andere als gut. Wir müssen jetzt gegen Swansea ran. Gegen die haben wir gerade im Pokal gewonnen. 2 zu 0, da waren sie sehr unauffällig offensiv. Ähm, aber das muss nichts heißen für die Liga. Denn wir wissen, gerade gegen die kleineren Teams oder gegen die vermeintlich schwächeren, tun wir uns öfter schwer. Liverpool ist ein vermeintlich stärkeres. Die stehen ja nur in der Tabelle unten. Gegen die haben wir richtig gut gespielt. Ob das jetzt gegen Swansea genauso wird, ähm, naja, ich bin gespannt. Äh, ich hab doch keine Ahnung, Mensch. Das ist alles so schwierig momentan, wisst ihr? Liverpool im Pokalfinale. Werden die genauso scheiße spielen wie in der Liga? Swansea in der Liga werden die genauso scheiße spielen wie im Pokal. Das ist alles nicht so einfach. 2x F im Training. Ja, besser kann es ja gar nicht laufen. Thorvald steigt auf 79, das ist erfreulich. Aber das war ein sehr, sehr schwaches Training. 2x D, 2x F, 1x C. Schlechter kann es ja eigentlich schon fast gar nicht laufen. Aber trotz nicht, also nichtsdestotrotz, wollte ich sagen, da müssen wir ja 2 Tage später, nur wir haben nur 3 Tage Regenerationszeit, jetzt gegen die Männer, ja, aus Wales nochmal antreten. Bin gespannt, wie das laufen wird. Die Aufstellung. Natürlich geschwächt. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Denn wir haben gerade Pokal gespielt und dementsprechend können wir nicht mit AF antreten, denn wir müssen ein bisschen rausrotieren. Perez kann auf der 10 Gott sei Dank spielen. Der ist fit. Genauso wie, naja, Batshuayi nicht wirklich. Der kann nicht spielen. Perez spielt, glaube ich, sogar Sturmspitze, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Oder noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich aufgestellt habe. Ich muss mir selber angucken. Das ist schon ein bisschen her, dass ich es aufgenommen habe, müsst ihr wissen. Wir spielen auf jeden Fall mit Koubek. Ich glaube, Marvaux kommt sogar auch in den Kader. Also ganz, ganz komische Geschichten hier. Die Plays taken. Im Sturm haben wir anscheinend doch Mitrovic, weil er ja ausgewechselt wurde und fit ist. Auf der 10, 7, De Jong auf der linken Seite. Rolando Aarons auf der rechten Seite. Haben wir Goufran, der auch mal wieder spielt. Rechte Verteidigung. Dix. Und dann Innenverteidigung. Ja, wen lasse ich da eigentlich spielen? Das ist eine gute Frage. Werner Nanita kommt auch mal wieder auf die Bank an. Aber auf der Innenverteidigung steht anscheinend Charles Mbemba und Florentin Pogba. Anders kann ich es auch schon fast gar nicht mehr machen, denn mir fehlen die Spieler. Und dementsprechend gehen wir jetzt einfach rein in ein Spiel gegen Swansea. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir holen die drei Punkte. Wir brauchen die. Sonst sind die Spurs wirklich nah dran und wir wollen in den Euroleague. Nicht über das Pokalfinale. Bis gleich. Der St. James' Pack ausverkauft. 20-30. Beste Atmosphäre für ein sehr wichtiges Spiel für die McPies. Gegen den ehemaligen Pokalgegner. Gegen die Swans aus Wales. Gegen Swansea City. Das natürlich jetzt prädestiniert, ein richtig interessantes Spiel zu werden. Denn natürlich wollten die Swans Rache für das Pokalhalbfinale, in dem sie keine Chance hatten und mit 0 zu 2 kläglich untergingen. Momentan Tabellenplatz, 19 Punkte Rückstand. Aber sie können trotzdem nie mehr quasi sehr gern. Die dann hier momentan punktgleich mit Deuteron-Hottenay-Modspurs. Und mit einem Sieg werden sie zumindest wieder drei Punkte davor. Mit einem Unentschieden nur einen Punkt und mit einer Niederlage stellen sie plötzlich punktgleich da. Und die haben noch schwere Spiele in den letzten Wochen. Der Showdown am letzten Spieltag gegen die Spurs selber wird hoffentlich mit einer besseren Aufstellung bei Newcastle quasi passieren. Elliott, Dixon, Bemba, Pogba, Dame, Teoté, Koubek, De Jong-Goufran, Mitrovic, Rolando, Aarons. Das ist eine absolute B-Elf. Wir haben nur ganz wenige Spieler, die momentan in der AF sind. Das sind unter anderem zu Überraschung vieler Rob Elliott, Überraschung vieler Rob Elliott und Schanzen. Beim auf der anderen Seite Swansea City wieder mit Musleria im Tor, Angel Rangel, Williams amatt und Tabanou in der Innenverteidigung beziehungsweise Außenverteidigung. Komplett andere Verteidigung als zuletzt im Pokal. Cork, Britton, Bray, Ayu, Sigurdsson und Baffay Timbigumis angeschlagen. Wieder zurückgekehrt in die Mannschaft. Ja, auch das relativ mit vielen Umstellungen verbunden bei den Swans. Und die wollten natürlich wieder gut machen, betreiben auch bei den eigenen Fans. Die Saison ist für die gelaufen, die können weder nach vorne noch nach hinten großartig noch was verlieren beziehungsweise gewinnen. Und dementsprechend geht es einfach nur darum, ja quasi für Rache zu sorgen und den großen Favoriten aus Newcastle ein bisschen zu ärgern. Roger East, Leiter der Partie, pfift das Ganze an und wir springen direkt rein in die erste Szene der Partie und die gab es Überraschung, Überraschung auf Seiten von Swansea. Wie gerade angekündigt, die wollten ärgern und das taten sie richtig gut. Ball auf Baffay Timbigumis und der versucht es direkt mal, macht das 1 zu 0. Da stand da eindeutig immer abseits der Franzose. Der Treffer zählt also nicht auf der anderen Seite Newcastle. Auf dem Weg nach vorne das ist Alexandra Mitrovic, der das da klasse macht. Die Flanke in die Mitte und da ist Thiem de Jong, der kann köpfen, aber wird noch gehindert und dementsprechend springt nur ein Eckball dabei. Raus aus dem wurde dann nichts und dann Fehler in Newcastles Aufbauspiel. Ball auf Siegertsen und der zieht einfach mal nicht ab, sondern spielt auch Baffay Timbigumis, aber der zieht den Ball über den Kasten. Der Franzose schafft es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Dann Fehler von Elgert beim Abwurf, Siegertson mit dem Schussversuch und Baffay Timbigumis 1-0. So schnell kann es gehen. 36. Minute die Führung durch den Franzosen gegen die McPy's und das war alles andere als gut von Rob Elgert. Der Abwurf ein bisschen zu kurz. Natürlich ist das schon schlecht verteidigt, aber auch schlecht die Abwehr. Direkt nach vorne in die Mitte ist klar, dass einer bei Gummis stehen muss. Steht aber keiner da und dementsprechend hat der Franzose kein Problem, den Ball mit seinem Kopf ins Tor zu befördern. Da ärgert sich Charles Lim. Da ärgert sich die komplette Verteidigung von Newcastle, aber solche Fehler können halt auch mal Rob Elgert passieren und nicht nur in der Defensivabteilung, der McPy's bloß normalerweise hapert. Hier nochmal sehen wir wunderbare Ballannahme, dann der Klassepass nochmal zurück von Gummis, der die Übersicht bewahrt und im Endeffekt kann Dix dann nicht mehr gegen den Franzosen machen. Aber Newcastle kam direkt zurück. Die versuchten direkt zu antworten. Sieben De Jong mit dem Ball auf Alexander Mitrovic und der macht sofort das 1 zu 1. 42. Minute. Ganz, ganz schnell war Newcastle wieder da. Klasse Abschluss des Serben. Der geht sofort, aber wirklich auch sofort das 1 zu 1. Man muss leeren. Sieht da auch wieder nicht allzu gut aus im Pokal. Mit seinen zwei Fehlern hat er den Weg geebnet für den Pokaleinzug der McPy's und hier kommt er ein bisschen zu spät gegen den Serben. Kommt raus aus seinem Tor, hätte er vielleicht nicht machen müssen, aber so steht es 1 zu 1. Zweite Halbzeit. Die Swans weiter auf dem Vormarsch machten das gut. Das ist die Götze mit einem Versuch, aber wieder ist Rob Elliott da und hält den Ball. Der Siegsländer ist relativ sicher. Andere Seite, die McPy's. Es war ein offener Schlagabtausch. Sieben De Jong mit dem Ball auf Mitrovic und der versucht es aus der Drehung mit links. Schöner Versuch, aber knapp über die Latte muss Leerer, muss nicht eingreifen. Nach 70 Minuten stand es weiterhin 1 zu 1. Es passierte nicht mehr viel, denn jetzt spielte Swansea auf Zeit, die wollten zumindest das Unentschieden rauskitzeln, spielten viel hintenrum und dementsprechend passierte wirklich absolut nichts mehr. Das war es auch schon von der Partie 1 zu 1 zwischen den Swans und den McPy's. Das heißt, die Rache zumindest halb geglückt, denn Swansea stibitzt so. Newcastle zwei Punkte, die haben jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Spurs. Es wird richtig eng, es wird dramatisch. Die letzten Spieltage schaffen die McPy's dann tatsächlich der DFB-Pokal, der DFB-Pokal, der FA Cup herhalten für die Männer aus dem Nordosten Englands, um irgendwie ins internationale Geschäft zu kommen. Wir dürfen gespannt bleiben für den Moment. Ja, trennen sich Swans, die Swansea Cities und Newcastle United mit 1 zu 1 in den Champions-Sack. Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Park, Sch-Sch-Sch-Sch-Park. Bisschen genuschelt am Ende, aber so ist das, wenn man 20 Minuten durchlabert, ist das alles nicht so einfach mit dem trockenen Hals. Naja, was soll's. Wir spielen nächste Episode gegen Crystal Palace unter anderem, und das wird auch keine einfache Aufgabe und wir spielen zudem, glaube ich, noch gegen Aston Villa. Das heißt, zwei Teams, die nicht so groß sind, aber die auf jeden Fall gefährlich sein können. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wenn euch diese Episode gefallen hat mit den drei Spielen, vor allem, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ihr wisst, wie sehr ich mich darüber freue. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Da gibt's dann sehr interessante Spiele, loben unsere Mannschaft jetzt im Vorrag schon mal für die Partie gegen die Männer, die momentan von Alan Pardio trainiert werden. Smack my Bitch-up-Bownus für Crystal Palace und da ihr wisst,